Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Sims 4 zusammen mit der Spalette. Abonniert am besten beide Kanäle, um keine Folge mehr zu verpassen oder schaut in die Playlist. Bewertet den Part und wie immer viel Spaß. Guckt euch diesen wunderschönen Jungen an. Was kann ich wohl sie dazu sagen soll? Einfach. Oh, was ist nie passiert, Alter? Gehst du gerade auf Toilette oder gehst du baden? Ja, sorry, warte, ja. Okay. Du kranker Stalker? Hä? Ja, wer ist der Stalker? Du stellst dich hier hin, nimmst auf, filmst mich dann über den Spiegel. Da ist eine Wand. Ja, theoretisch, aber du weißt ganz genau, dass ich dahinter stehe und übe. Du bist ein Lügenkobold. Bin ich gar nicht. Du bist so gehaubt. Hä? Ach, achso, ich bin noch auf dem Bewerbungsgespräch. Ach stimmt, du hast dein Casting. Ja, ist das ein Pizzatyp? Ja, eine Pizzafrau. Was macht ihr auf unserem Grundstück? Keine Ahnung. Die hat dir absolut gar nichts verloren. Warte. Ich kümmere mich drum. Das ist die über dem Grundstück. Das ist die über dem Grundstück. Ei! Das ist deine. Das ist deine. Die hole ich dir jetzt. Nein, meine ist Luna. Abzuhängen. Komm schon. Nein, hör auf. Nein. Nur mal kurz Hallo sagen. Guck sie dir doch an. Ich möchte Videos machen. Ja, ja, sofort. Ich bin YouTuber. Ich habe keine Zeit für die Ladies. Ach doch, aber nur für Luna. Da, warte. Ich will keine Zitronen ernten. Nee, nee. Lass mich in Ruhe. Da kommst du. Bist du hier wie ein bisschen dumm? Ich habe bestanden. Du bist wirklich eine Überraschung, Manuel. Unsere Schauspieler waren auch früher schon bei Castings erfolgreich. Aber normalerweise müssten wir dem Regisseur eure Bestechungsgelder zahlen. Du hast das gar nicht geschafft. Nee, ich habe das geschafft. Das war ganz normal. Mach weiter so, siehste. Ich gucke mal gerade kurz ein bisschen Fernsehen. Lass mich schlafen oder so. Ich bin verspielt, weil ich gebadet habe. Ach so. Ja, warte. Nee, ich schlafen. Bestand. Sonst bricht dir das wieder ab. Hui. Einmal schätzen, bitte. Und dann verkaufen, bitte. Ja. Du gehst jetzt ins Bett, okay. Ja, ess mein Bett. Und krieg sie weg. Das ist dein. Ja, habe ich. Habe ich. Das ist 400 Dollar wert. Ja, ich bin eine absolute Maschine. Das hat sich so gelohnt. Warum hast du denn nur eins gemacht? Ja, warum hast du denn... Wenn dann es da ist. 400 Dollar verdient. Ja, es hätte noch 4000 sein können. Och nein, er ist schon wieder nackt. Nein, aber ich hatte nur Hose an. Ja, hm. Och nein. Ja, toll. Ja, spitzer. Du hast sie in unser Leben... Sie rollt auf. Ui. Ja, dann ist okay. Wo ist der Müll? Hä? Ach, da. Ui. Ganz versteckt. Kann sie jetzt bitte gehen? Jetzt kommt sie. Was macht sie denn? Och nein. Nein. Nee, du gehst jetzt. Sie hasst mich auch. Über Kollegen tratschen. Hättest du sie nie bei uns reingelassen? Ja, war die Claire, dass sie macht das jetzt? Bitten in die... Hallo? Kann sie bitte gehen? Nee, ich muss ins Bett. Ja, schick sie einfach weg. Alter. Okay, es reicht. Es reicht. Streiten. Mehr Auswahl. Andeuten, dass Vanessa überbewertet wird. Über anderen Sim lästern. Oh Gott. Oh Gott. Hey, nicht über mich lästern. So, das mach ich mal ganz kurz. Das ist gemein. Da. Warte. Hey, das war schon? Das ging ja schnell. Aber wir mögen uns. Ja, weil es gibt nichts über mich zu lästern. Nee, irgendwie nicht. Aber was mach ich jetzt? Ich geh mal ins Bett. Warte. Hier, Fernsehen. Aus und ins Bett. Nee, schau mal nicht. Doch. Die macht den Fernseher wieder an? Sie. Wäscht ihre... Ey. Alter, hör auf. Jetzt lass mich schlafen. Jetzt macht sie wieder an. Du kommst nie in die Tiefschlafphase. Okay, es reicht. Wo von dir erzählen? Bitten zu gehen. Da. Danke. Und dann ab ins Bett. Oh, oh. Ui, Hallöchen. Ich wollte dich in der Gemeinschaft willkommen heißen. Und oh. Du hast aber einen hübschen Hals. Ihr Vampir. Nee, nee. Das ist ein ganz netter Mann. Nein. Oh, da bist du. Der wird dich wieder verwandeln. Oh, ich hab Hunger. In was denn verwandeln? Ich weiß nicht, wovon du redest. Er steht vor unserer Haustür. Oh. Ich hätte gerne Macaroni und Käse. Echt jetzt? Macaroni und Käse. Okay. Warte mal, ich sag dir mal kurz hallo. Nein. Achso, du kannst ihn mir auch. Voll nicht vorstellen. Oh Gott, Alter. Ich mach mich fast seriös. Ja, ich auch. Da ist nämlich ein sehr netter Mann. Nein, Mann. Guten Tag. Schön in Unterhose aufmachen. Na, wie geht's Ihnen denn? Voll nicht vorstellen nochmal. Direkt zweimal hintereinander. Ja, wir mögen uns da Karriere fragen. Was tut er da? Du musst dich von der dunklen Seite der Macht abwenden. Werd kein Vampir. Er ist arbeitslos? Er ist arbeitslos. Romantik. Anmachspruch. Ja, passt dir gut zusammen. Warum? Ich bin der Einzige, der hier einen Job hat. Ich hab grad 400 Dollar verdient. Ich bin YouTuber. Das ist ein Job. Ja, aber du hast Geld dadurch bekommen, dass du andere Menschen belästigst. Ich hab niemanden belästigt. Hm, genau. Und wieso gehst du wieder in meinem Zimmer kacken? Weil da eine Toilette ist. Jetzt lass mich mal nicht fernsehen, sondern da arbeiten. Okay. Obwohl Spaß ist gerade wichtig. Sekunde. Ah, Quatsch. Ey, 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 ey. He's the best around. Zusatzkomponente kaufen. Neue Kamera. Oh. Bitte. Ich hab auch 400 verdient. Ja? Ja. Ja, aber du hast ja 400 verdient. Bitte. Ja, okay. Ja. Ich bin mir nicht so. Und da ist sie. Alter. Die sieht fast so aus wie meine wirkliche Facecam hier zu Hause. Die hat 500 Dollar gekostet? So eine Scheiße. Meine Kamera hat mehr als 500 Dollar gekostet, ja. Updates posten, alte Videos pro... Ne, warte. Auf Kommentare antworten. Und dann neues Video. Ne, ne, warte. Nächstes Video hypen. Dann Trends untersuchen. Ja. Und dann ein Video machen. Ja. Warte. Wir machen das. Mach's einmal richtig. Ja, ja, klar. 500 Follower. Ey, ey. Ich werde ein Superstar. Irgendwann bestimmt. Wer will schon in den Film? Jetzt spiel. Da, selbstsicherer. Jetzt Video aufnehmen. Inspirierender. Ach, Mist. Selbstsicher. Da mach kurz Sport. Warte. Das hilft dir. Du willst du doch eh. Komm. Bin ich da nicht... Energie geladen oder so. Ah, ja, stimmt. 1 und 2 und 3 und 4. Warum guckst du schon wieder auf Fernsehen, du Fettsack? Ich möchte ein Video machen. Ja, aber ich kümmere mich doch darum, dass es ein gutes wird. Ich glaube, ich bin ja inspiriert. Wie lange noch? 3 Stunden. 3 Stunden. Ja, deswegen ist es egal. Nee. 3 Stunden sind viel zu lang. Ich muss mich an die Arbeit machen, solange es mir gut geht. Weil sonst macht er wieder kein komplettes Video. Ich wollte zwar mit denen die Trends, aber wenn du nicht willst. Aber warte mal, eine Review? Das war doch mit Spielzeug, ne? Spielzeug, ja. Ja, eben. Okay. Wer macht das? Und worüber redest du? Was machst du da? Hallo, Freunde. Freunde, ich bin gerade hier mit meiner neuen Spielfigur, der Pink Panther. Ja, ich kann euch allen Pink Panther empfehlen. Ja, die... Also bisher ist es kein gutes Video, ne? Wolle ich nur mal erwähnt haben. Aber wie willst du denn kein gutes Video? Kannst du mal ein bisschen mehr nehmen, als immer die... Oh. Das ist eine Mietzekatze. Das wird Maudado gefallen. Das glaube ich auch. Und er filmt mich schon wieder durch die Wand. Na, Junge, das ist keine Infrarot-Kamera. Ach, das dauert mir zu lange. Ich bin ja wegschüss. Hey. Oh, wie würdest du es nennen? Dieses Video ist nur für meinen Maudado-Schatz. Was? So würde ich das nicht nennen. Ja, wie denn? Ich würde es nennen, dieses Video... Dieses Video. In Caps. Ist nur... Ist nur... Für meinen... Für meinen... Ja. Fadda. Fadda. Ich würde es eigentlich Maudado-Schatz nennen, aber ist egal. Dieses Video ist eigentlich nur für Maudado. Allerdings ist mir mein Fadda auf den Sack gegangen und wollte unbedingt im Internet genannt werden. Oh, ja. Ja, jetzt noch bearbeiten und dann wegwerfen. Nein, dann hochladen. Da, es ist fertig. Ja, jetzt hochladen. Es ist hochladen, scheinbar. Videobestand ansehen. Ja, es ist oben. Okay. So, und jetzt... Dann guck mal, wie es mir geht. Guckst du eine Runde Fernsehen mit mir. Und dabei können wir reden und machen dann sozial wieder voll. Aber sozial ist doch bei mir voll. Nee. Wo? Da, siehste. Es ist doch fast voll. Ja, aber warum nicht direkt mit mir Spaß haben? Wenn ich wieder abuse dafür... Nee, 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 nee. ...wirst du wieder keine sozialen Kontakte hast? Ja, natürlich. Einfach enttäuscht. Und dabei einfach mit dir reden. Polizisten wird's machen. Oh. Hä? Wow. Jetzt lästerst du noch über die Polizisten. Da... Ah. Achso, wir wollten nur die Hand schütteln. Oh, die Comedy-Fähigkeiten. Oh, du wirst angerufen. Hallo und willkommen in der Gruppe die Idole, Arztlack. Ah, dann... Warte, einmal voll machen. Lass mich gehen. Dann auf... Hilfe! Lass mich gehen. Dann einmal auf Toilette. Ich werde einfach nur von dir benutzen. Nein. Doch, ich koche. Ich räume auf. Du kochst nie für mich. Du musst dir sozieren. Natürlich. Ey, ohne Mist. Wieso mache ich denn Obstsalat? Du hast in dem Part oder allgemein in dem Projekt vielleicht einmal für mich gekocht. Einmal. Nee. Nee, mehrere Mal. Ein, ein, ein einziges Mal. Ich habe die Makarone gemacht. Nein. Koch ständig. Und hör auf, bei mir im Zimmer auf Klo zu gehen. Nö, nö. Signal. Da er kocht wieder. Achso, nett von dir. So, und danach isst du dann, ne? Ob das jetzt mal besser schmeckt? Na klar. Wir werden es sehen. Super leckerer Obstsalat. Dann iss mal. Dann gehst du Monster unter dem Bett einsprühen. Das machst du mal. Danach schlafen. Und dann baden. Arztlack ist ein aktiver Sinn. Ja, ich bin energiegeladen. Ja. Lass mich lieber was aufnehmen. Solange ich energiegeladen bin. Lass mich doch nicht ins Bett gehen. Achso. Achso. Okay, warte. Dann geh nur noch kurz baden. Das hält ja. Ja, vier Stunden. Nee, warum soll ich denn baden gehen? Wegen deiner Hygiene. Du stinkst noch scheiße. Nein, das macht doch gar keinen Sinn. Nicht baden. Einfach das Video machen. Du machst jetzt das Video. Dann gehst du baden. Und dann ins Bett. Hast du denn das richtige Video eingestellt? Ja. Ich bin gerade im Bett. Stehe jetzt einmal kurz auf. Esse ein bisschen was. Dann räume ich deinen Müll weg. Und gehe wieder ins Bett. Weil ich habe morgen einen wichtigen Tag vor mir. Was? Morgen ist Mittwoch. Mein erster Auftritt. Oi. Ich habe meinen Computer kaputt gemacht. Regisseur und Filmpartner einladen. Ich habe meinen Computer kaputt gemacht. Hey, was kannst du denn? Reparieren. Ach, komm. Der ist einfach kaputt gegangen. Ich wusste nicht, wie das passiert ist. Ja, hast du schon mal probiert, den Ausschalter und Anschalter zu benutzen? Ja. Den Stecker rein und raus? Oh, Geschicklichkeit. Oh, oh, ich bin tollpatschig. Na, egal. Glücklich bist du. Ah, Teile plündern. Genau. Und dann Video aufnehmen. Ja, toll. Jetzt ist das Video hinüber. Ja, ich muss schlafen. Ja, ab ins Bett. Wärst du mal direkt ins Bett? Aber nein. Nee, ich war ja energiegeladen. Das musste ich ausnutzen. Ich esse jetzt dann Essen. Gehe dann mal kurz auf Toilette. Gehe dann baden. Und übe noch eine Runde. Ja, gehen wir auf Toilette. Ja. Und ich räume auf für dich. Danke. Sehr, sehr nett. Sehr gut für dich. Ja, ich bin ein Gönner, ne? Ja. Du bist pure Gönnung, Digga. Noch eine Stunde. Okay, dann räume auf. Oh, oh. Und geh los. Sozial. Warte. Ich ruf mal ihm irgendwen an. Ey, du bist doch komplett voll. Oh, zu Simstagram Story hinzufügen. Nee. Da, siehste. Sozial ist nicht so hoch. Du gehst doch gleich zur Arbeit. Da gibt's immer so. Da. Was für ein süßes Bild. Alle lieben es. Manuel hat zwölf Follower dazu gewonnen. Wow. Er hat jetzt insgesamt zwölf. Ja. Krass. Danke. Ich weiß, ich kann's. Oh. Oh. Ja, mitmachen. Ja. Es geht doch. Habe ich's geschafft? Bin ich ein Star? Du warst immer mein Superstar. Warte mal, bis ich Geld nach Hause bringe. Ah. Alter, das ist so ein richtiges Set. Ja. Eine fette Kalein. Nehme mal ein Beispiel. Soll ich die abziehen? Nein, ich brauche sowas nicht. Ich brauche nicht so Hightech. Ach, das ist nicht nötig, ne? Genau wie hier die Musikstation. Alles klar. Warte, Schauspielen üben. Oh, ich tache nicht. Einmal ganz kurz. Bei irgendwem. Mit ihm hier. Einmal vorstellen, bitte. Hallo, ich bin Manuel. Ich mach, ähm, ne? Gar nix bisher. Kenn ich ihn jetzt? Freundlich? Ne. Ne, du hast dich nicht. Du bist am Gruppengespräch. Ach so. Ja, ich will mit ihm reden. Ja, ich will mit ihm reden, bitte. Ja, ja, ja. So. Und jetzt? Schauspielen üben. Können wir denn machen? Ja. Ja, ich wollte üben mit ihm. Ach so. Dann einmal. Du könntest dich auch vor Stinges stellen. Vor den Spiegel. Und dann? Ja, dann kannst du auch Schauspielen üben. Ach so. Ist irgendwo einer? Ach da. Lol. Und da ist der Typ, der mich anmalt. Oh. Und jemand, der das Ganze... Oh Gott, nein. Ich muss Müllsack tragen. Ich seh's doch schon. Ich seh's kommen. Simpsack am Story, genau. Und dann? Frisieren und schminken. Ja, gut. Oh. Das ist aber sehr interessante Frisur, die er hat. Ja, ja. Gewagt. Hallo. Du malst mich also heute an, ja? Ja. Der gute alte Harald. Ich rassier dir eine Glatze. Oh ja, bitte. Da, was macht er mit mir? Oh, ich werd gepudert. Ist das schön. Endlich. Ich bin jetzt ein wunderschönes Mädchen. Bitter nötig. Das hatte ich ja. Oh Gott. Ich bin wieder ein Vampir. Ja, mir auch. Er spürt mich nochmal ein. Hä? Ich hab ein Bart. Warum hat er es denn jetzt weggemacht? Ich weiß es nicht. War ein Prank. Wieso? Warum soll... Er schneidet mir die Haare. Nein. Nein, 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 nein. Keine... Glatze. Er macht mir seine Frisur. Glatze. Komm schon. Ach komm. Ich bin eine Blondine. Das ist doch nicht dein Ernst. Du bist wunderschön. Guck dich doch an. Ach, was ist das denn für eine Rolle? Seht ihr ein bisschen, oder? Ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie bin ich schon ziemlich hot. Da, was ist das? Weil du auch so buschige Augenbrauen hast. Und einen richtig schönen Bart. Ja, der Bart ist nichts weiter. Ey, der ist aber echt ein bisschen von ihm inspiriert. Ja. Minimal. Warte mal. Dein Vater. Papa? Papa? Kostüm anziehen. Ja. Genau. Hier ein Kostüm anziehen. Dann Speisen essen. Wo gibt's denn hier Essen? Da. Einmal was essen. Und kennenlernen. Da. Oh nein. Du bist ein Würstchen. Ich bin ein Würstchen. Wo bin ich? Nein. Warum? Hä? Jetzt bin ich kein Würstchen mehr? Was machen die denn? Ich war ein Würstchen. Aber ich esse jetzt erstmal. Guten Tag. Was auch immer du bist. Das hätten wir auch. Und da zu dem oder zu... Ja, du musst sagen, dass du bereit bist. Regisseurin. Erika Suzuki. Oh, Suzuki. Einmal freundlich vorstellen. Hallo, ich bin's. Du hast mich gebucht. Ich kann das sehr gut. Ja, das machen sie sehr, sehr gut hier. Ja, sagen, dass ich bereit bin. Schiffsteuern-Szene aufführen. Produktanpreisen-Szene aufführen. Lol. Ach, was kann ich denn jetzt machen? Riskant. Soll ich... Soll ich machen? Okay. Ja, gut. Wenn das schief geht, ne? Dann bekommen wir kein Geld. Ach, guck dir das an. Ich bin einfach ein geborener Star. Ja, klar. Hä? Und? Oh nein, was geschieht denn hier? Gleich, ähm, haben wir einen Schiffbruch. Ich fahre nach links und nach rechts. Welches Produkt könnte mir denn jetzt helfen bei dieser spannenden Sache hier? Und zwar... Papagei für deine Seele. Rettet dich vor Wasser, ja. Hast du es denn jetzt geschafft? Scheinbar. Also, er ist ja nicht gestolpert oder so. Aufwischen-Szene. Ja. Ja. Riskant. Das habe ich auch geschafft. Und? Bin ich einfach... Naturtalent? Ui. Dafür wurde ich geboren. Ihr habt es geschafft, Ballette. Ich bin nur stolz auf dich. Fast gemacht. Okay. Dann bewerte den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind wir beide sowie auch die Playlist verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.